Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, ich versuche es mit einem neuen Format. Und dieses neue Format soll heißen Set Reviews. Ich habe jetzt mittlerweile eine ganze Menge Sets aus der Zeit, in der ich aktiv gespielt habe, vollständig. Und je nachdem, wie ich Zeit habe und wie es gerade in die Drehplanung passt, möchte ich zwischendurch immer mal wieder ein Set Review einstreuen, vielleicht auch mit so einer Top Ten. Gucken, ob ich das technisch hinkriege mit den meines Erachtens coolsten Karten des jeweiligen Sets. Und anfangen möchte ich mit Allianzen. Und das mache ich einfach deswegen, weil das das erste Set war, dass ich vollständig hatte. Mir fehlte bis vor kurzem nur noch ein Land, eine Karte. Insgesamt bis vor einem halben Jahr. Und die habe ich glücklicherweise auch noch gezogen. Und es fehlten mir ein paar Doppelte noch, was die Artworks anbetrifft. Und so konnte ich das relativ schnell fertigstellen. Und ja, will das euch heute mal zeigen und mit euch heute mal durchgehen, ein bisschen Nostalgie schwellen. Bevor ich davon erzähle und die einzelnen Karten anschaue, vielleicht ein kurzer Überblick über Allianzen als Set. Insgesamt gibt es in diesem Set 144 Karten. Allerdings wird es als ein Set mit 199 Karten gezählt, weil die Cummins und die Uncommons in zweifacher Version verraten sind, nämlich mit zwei Artworks. Das sieht man hier oben sehr schön. Bei den Carrier Pigeons, also bei den Tauben hier, die gibt es in zwei verschiedenen Artwork-Varianten. Und deswegen rechnet man im Grunde, wie bei vielen anderen Sets, auch mit höheren Zahlen an Karten. In diesem Fall also nicht mit, für Sammler nicht mit 144 Karten, sondern mit 199. Das Set enthält zusammengerechnet 55 Cummins, 43 Uncommons und 46 Rares und ist im Juni 1996 erschienen und war eins der Sets, von denen wir damals am meisten Booster gekauft haben. Leider nicht genug. Wir hätten gerne noch mehr kaufen können, heute nachträglich betrachtet, denn es sind tolle Karten drin. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Dritte Erweiterung im Ice Age-Block und hatte eine ziemlich lange Pause zwischen Homelands und Allianzen. Man hat also lange auf die neuen Karten warten müssen und war dann überglücklich, dass endlich neue Karten kamen, denn mit Homelands waren doch viele sehr unglücklich. Und Homelands zeige ich euch auch noch. Dazu mache ich natürlich auch noch ein Video. Außerdem ist das die letzte Erweiterung, die mehrere Artworks hat pro Kart. Früher war das üblich in anderen Erweiterungen, teilweise bis zu vier, etwa denkt an Fallen Empires. Aber hier war es das letzte Mal gemacht worden. Danach haben wir grundsätzlich bei allen Erweiterungen immer nur noch ein Artwork pro Karte. Über die Hintergrundgeschichte habe ich schon ein bisschen was erzählt. Es geht darum, dass das Ice Age die Völkerdominaria stark unter Druck setzt und sie kämpfen um ihr Überleben. Und es ist deswegen wichtig, dass Völkerallianzen eingehen, um gemeinsam diese harte Zeit zu überwintern. Was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, dass insgesamt keine neuen Mechaniken enthalten sind, also kumulative Versorgung. Die Sachen, die wir bei Ice Age hatten, sind hier auch enthalten. Was aber interessant sind, sind die Pitch Cards, also Kartenzaubersprüche, die man auslösen kann, dadurch, dass man Karten abwirft und damit Mana einspart, was sie in mindestens einer Hinsicht sehr spannend macht, nämlich als sehr früh einsetzbar, zum Beispiel im ersten Zug schon. Und da werden wir nachher die Force of Will sehen. Jetzt schauen wir uns das Set mal an, wie es optisch aussieht und gucken mal, was die Karten sind, die uns besonders gut gefallen. Also wir haben hier im weißen Bereich, da geht's los mit den Carrier Pigeons fliegend. Und du kannst am Beginn der Versorgungsphase, nachdem sie ins Spiel gekommen sind, eine Karte ziehen. Das ist eigentlich ganz geil. Das war auch bei Ice Age ziemlich oft so. Du konntest dann, wenn du die Zaubersprüche sprichst, im nächsten Zug eine Karte ziehen. Allerdings eine 1-1-er fliegende Kreatur für vier Mana plus eine Karte war für damals doch auch schon relativ teuer. Ruf der Pflicht ist die nächste Karte, zwei Mana. Spontanzauber kannst Spielsteine ins Spiel bringen. Hier mit Banding. Heute gibt es auch viele dieser Tokens. Das habe ich gesehen, jetzt auch bei Arena. Habe mir auch so ein Tokendec gemacht, wo du zwei oder ein Token mit Lebensverknüpfung im Weiß rausbringen kannst. Teilweise auch als Spontanzauber, genau wie hier. Das ist nicht so unnützlich. Da gibt es tolle Anwendungen für. Habe ich schon den einen oder anderen Gegner überrannt. Exil ist eine Rare. Drei Mana. Spontanzauber. Entferne eine nicht weiße, angreifende Zielkreatur aus dem Spiel. Du entzählst so viele Lebenspunkte dazu, wie diese Kreatur Widerstandskraft hat. Das ist eine ganz geile Karte. Kann man wirklich gut gebrauchen und ist Namensgeber für das, was wir heute als Exil bezeichnen, nämlich eine Karte ganz aus dem Spiel zu entfernen. Dass man hier noch Lebenspunkte dazu bekommt, ist auch eine nette Anwendung. Das Erbe ist auch eine Rare. Das ist eine dauerhafte Verzauberung für einen Mana. Du kannst mit drei Mana tappen, drei farblose oder irgendwelche Mana tappen und eine Karte ziehen. Dann haben wir hier unten den Ivory Gargoyle. Fünf Mana, zwei, zwei fliegend. Wenn ihr in den Friedhof kommt, kannst du ihn unter der Kontrolle des Besitzers am Ende des Zuges wieder zurückbringen, musst aber dann die nächste Zugphase übergehen. Und wenn du fünf Mana ausgibst, kannst du ihn ganz aus dem Spiel rausnehmen. Das ist jetzt auch keine super starke Karte. Der Juniper-Fürsprecher, drei Mana, eins, zwei. Wenn ihr nicht getappt ist, erhalten deine grünen Kreaturen, plus eins, plus eins. Das ist so schon ein Hinweis auf diese Allianzen-Logik, dass verbündete Farben sozusagen gemeinsam mehrfarbige Kombos vor eingehen. Und dann haben wir hier hinten noch diese wunderschöne Eskorte. Das ist ein wunderschönes Bild. An das erinnere ich mich auch gerne von früher. Vier Mana, zwei, drei mit Banding. Allerdings leider eine dope Karte. Douglas Schule hat hier einige gemacht. Quinten Hoover, die Künstler, die ihr hier lest. Kaya Folio, Rob Alexander. Das sind auch die Leute, die bei Homeless und anderen älteren Sets die Optik gemacht haben. Und ich finde, das haben sie sehr schön gemacht. Und wenn man sich so diese ganzen Seiten mal am Stück anschaut, sieht man eigentlich, was für ein wunderschönes, auch ästhetisch ansprechendes Set das ist, das doch eine ganz eigene Formsprache hat. Und das mich immer wieder begeistert, wenn ich es aufschlagen kann. Oben haben wir die zweite Version des Rettungshundes. Das seht ihr da oben nochmal. Auch ein sehr schönes Bild. Und dann haben wir hier die Kjeldorianische Bürgerwehr. Eins, sechs und vier Mana. Du kannst am Ende des Angriffs, wo sie angegriffen hat, oder blockt, eine 0-1-Marke drauflegen und einen Deserteurspielstein ins Spiel bringen, der eine 0-1-Kreatur darstellt. Auch ganz witziges Kärtchen. Dann haben wir hier die Kjeldoran Pride. Ich muss gucken, dass ich das mit dem Licht noch hinkriege. Wenn wir das öfter machen, so Set Reviews, dann wird es sicherlich besser mit der Optik. Zwei Mana, eine Kreaturverzauberung bekommst du plus 1, plus 2 und du kannst mit blauem Mana switchen von einer Kreatur zu einer anderen. Hier unten haben wir dann noch eine Version von Kjeldor Stolz. Das ist die zweite Version davon, das zweite Artwork, beides von Kjeldor in verschiedener Optik. Dann haben wir hier zweimal wiederum Martyrdom. Ein Instant für drei Mana. Bis zum Ende des Zuges kannst du Schaden auf eine Zielkreatur, die du kontrollierst, umleiten. Auch in zwei verschiedenen Optiken von Mark Poole, auch der ein bekannter Künstler. Und hier unten sind nochmal zwei verschiedene Optiken. Die Nobles Deeds. Die sind wunderschön von Rebecca Gay, die ich sehr gerne mag. Die wunderschöne Bilder malt. Das ist ein Enchantment für drei Mana. Und du kannst zwei Mana rein tappen und die Zielkreatur bekommt erst bis zum Ende des Zuges. Also es ist jetzt alles nichts weltbewegendes, aber es kommen noch ein paar ziemlich gute Karten. Dann haben wir hier unten noch die Reinforcements. Die gibt es auch in zwei Varianten. Da oben zeige ich es euch mal. Das ist die zweite Variante. Genau für einen Mana, einen Instant. Du kannst bis zu drei Zielkreaturen aus dem Friedhof auf die Bibliothek oben drauflegen. Also Verstärkung. Und da unten sieht man die eine Variante. Und da oben sieht man die andere. Zwei Versionen gibt es auch von Revolte oder Reprisal. Zwei Mana, Spontanzauber. Und du bekommst eine Kreatur mit der Stärke vier oder größer. Das ist ein klassischer weißer Zauberspruch, wie man ihn auch heute noch kennt. Hier haben wir jetzt eine der besseren Rares. Das Royal Decree für vier Mana. Allerdings dummerweise mit kumulativer Versorgung einem weißen Mana. Aber es ist trotzdem eine geile Karte als Verzauberung. Also dauerhaft, solange du sie versorgen kannst im Spiel. Und immer wenn ein Sumpf, ein Gebirge, ein schwarz permanent, ein rotes permanent getappt wird, bekommt der Kontrolleur dieses Permanents einen Schadenspunkt durch das Royal Decree. Finde ich geil. Schöne Karte. Zweimal vorhanden haben wir auch den Royal Herbalist. Ihr seht vielleicht hinten dran habe ich immer noch, wenn ich die deutsche Version hatte. Die deutsche Version drunter geschoben. Also die englische oben, die deutsche Version drunter. Nicht wundern, dass da zwei Karten drin sind. Der Royal Herbalist ist zweimal vorhanden. Das ist auch eine sehr schöne Optik. Ich finde den hier vor allem sehr cool, der von Douglas Schuller gezeichnet wurde. Du kannst zwei farblose Mana tappen und die oberste Karte deiner Bibliothek aus dem Spiel entfernen und damit einen Lebenspunkt bekommen. Und hier unten haben wir Scars of the Veteran. 5 Mana Instant. You may remove a white card in your hand from the game instead of paying Scars of the Veterans. Castingkost. Das ist eine dieser Pitchkarten. Damit kannst du sozusagen die Castingkosten umgehen, wenn du die weiße Karte abwirfst. Und du kannst bis zu 7 Schadenspunkte, die eine Zielkreatur im Spiel dazu gefügt worden wären, verhindern. Und für jeden einen Schadenspunkt, den du so verhindert hast, kannst du einen Plus-Null-Plus-Eins-Counter auf die Zielkreatur am Ende zuslegen. Und das finde ich doch eine ganz coole Instant-Variante als Pitchkarte. Damit kann man schon was anfangen. Aber es ist lange nicht die beste Pitchkarte. Und dann haben wir noch den dreckreichen Taktierer. Taktischen. Für 3 Mana 1, 3. Und du kannst die obersten 4 Karten deiner Bibliothek aus dem Spiel entfernen, um allen Schaden zu verhindern, die dir aus einer Quelle zugefügt wurden. Und nochmal von Rebecca. Hier ein wunderschönes Bild, der schützende Geist. 2 Mana 0, 3 mit kumulative Versorgung und jeglicher Schaden, der eigentlich deinen Lebenspunkt oder 1 reduzieren Würde, reduziert sie stattdessen auf 1. Beschwörung eines Wächters. Ja, von der würde ich auch gerne beschützt werden. So, und dann endet die Reihenfolge der weißen Karten schon hier oben mit dem treuen Verfechter. Das ist ein Ritter. 4 Mana 1, 3. Ein farblos Mana teppen. Und du kannst bis zum Ende des Zuges die Steiger des treuen Verfechters in 1 weniger als die Widerstandskraft der Zielkreatur, die den treuen Verfechter blockt oder von ihm geblockt wird ändern. Ich entschuldige mich für die Flackerer. Das mit dem Licht kriegen wir noch hin, irgendwann. Dann haben wir ungeahnte Verbündete. 2 Mana Verzauberung. Und du kannst 2 Mana teppen, der nicht angreifen, der nicht blockt, wo deine Wahl hält. Plus 0, plus 2 bis zum Ende des Zuges. Und am Schluss den Bilden S-Tipp. Den gibt es auch zweimal. Hier seht dir ihn einmal. Der Variante von Greg Simonson. Fliegend erst schlagend kannst du sie vorne aufpumpen. Allerdings begrenzt aufpumpen. Und die zweite Optik ist diese hier. Die finde ich nur ein Tick cooler. Das sind die weißen Karten gewesen. Grün beginnen auch wieder mit einer Pitchkarte, der Jagdbeute. Kostet eigentlich 5 Mana, aber du kannst eine grüne Karte abwerfen, anstatt die Spruchkosten zu bezahlen. Und 3, plus 1, plus 1 Mark auf eine beliebige Kreatur deiner wahrlegen. Und jetzt kommt leider die Einschränkung, die die Karte nicht ganz so cool macht. Nämlich am Ende des Zuges musst du die Marke wieder entfernen. Denn die liegen bleiben würden. Das wäre ein Knaller. Eine super Karte gewesen. Dann haben wir die Killer-Insekten. An die erinnere ich mich auch sehr gerne. Die sind Hex-Proof. Die können nicht Ziel von Zaubersprüchen oder Insekten sein. Äh, hä hä. Zaubersprüchen oder Insekten sein. Versprecher. 5 Mana, 6, 1. In zwei Artworks. Wobei ich die linke Artwork schöner finde. Und, ähm, 6, 1. Ja, genau. Und Hex-Proof. Das ist nicht so schlecht. Elfenbaden. 2, 4. 5 Mana. Beschwörung eines Elfen. Alle Kreaturen, die den Elfenbaden blocken können, tun dies. Und dann haben wir hier noch den Elvish Ranger. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal gezeigt. In der linken Version habe ich ihn ein paar Mal gezogen. Von Therese Nielsen. Super, super schöne Karte. So im feinsten Trash-Fantasy-Stil gemacht. Aber wir mochten die Karte gerne. Die hat 4, 1 für 3 Mana und sonst nichts. Den gibt es auch im zweiten Artwork da unten. Und dann haben wir unten noch den Geist einer Elfischen Mentorin. Das ist eine Rare für 3 Mana 2, 2. Wenn der Geist einer Elfischen Mentorin auf deiner Hand ist, kannst du ihn ganz aus der Schuhe entfernen, um dein Mana vor Ort, um ein cooles Mana zu erhöhen. Spiele diese Fähigkeit wie ein Unterbrechungszauber. Den Fyndor und Druid gibt es zweimal. 2, 2. Und wenn er auf dem Friedhof landet, in dem Zugenehme geblockt wurde, kriegst du 4 Lebenspunkte hinzu. Auch nicht so ultimativ schlecht. Dann haben wir hier den Gargantuan Gorilla. Das ist wieder eine Rare 7, 7 für 7 Mana. Während deiner Versorgungsphase musst du allerdings einen Wald opfern oder den Gorilla auf den Friedhof legen und kriegst 7 Schadenspunkte. Wenn du einen schneebedeckten Wald auf die Art und Weise geopfert hast, bekommt der Gorilla Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Und wenn du ihn tapst, ich gehe jetzt mal näher ran, damit man es besser lesen kann. Wenn du ihn tapst, verteilt der Schadenspunkte in der Höhe seiner Stärke auf irgendeine andere Kreatur. Ganz geil. Eigentlich nur dieses Opfern ist ein Riesenproblem. Gift of the Woods. Wieder zweimal vorhanden in zwei verschiedenen Artworks von Susan van Kemp. Eine klassische Kreaturverzauberung. Plus 0, plus 3 und Reklimspunkte. Dann haben wir die rasenden Gorillas. Trampelschadenraserei 2 für 5 Mana. Sie können nicht von weniger als 3 Kreaturen geblockt werden. Der Gorilla Häuptling. 4 Mana 3, 3 mit Regeneration. War damals auch ganz gerne im Einsatz. Gibt es auch zweimal. in diesem Artwork und im anderen. Und dann haben wir noch zwei Ankammen bzw. Rekarten da unten. Nämlich den Hailstorm, der für 3 Mana 2 Schadenspunkte jeder angreifenden Kreatur gibt. Und einen Schadenspunkt auf jede Kreatur, auf dich und jede Kreatur, die du kontrollierst. Und Kaiser. Eine ganz, ganz, ganz bekannte, auch von Rebecca Gray gemalte. Wunderschöne Kreatur. Eine Legende für 5 Mana mit 2, 3 Stats. Die allen grünen Kreaturen, die du kontrollierst. Plus 1, plus 1 geben. Also eine Karte, die heute noch eine gewisse Beliebtheit hat. Nature's Chosen für einen Mana ist eine Kreaturenverzauberung. Du kannst mit dieser Karte eine verzauberte Kreatur nutzen, um ein Artefakt, eine Kreatur oder ein Land zu tappen. Zu enttappen. Zorn der Natur. Eine Verzauberung für 6 Mana. Zahle während deiner Versorgungsphase ein. Grünes Mana oder begrabe den Zorn der Natur. Immer wenn ein Spieler einen Sumpf oder eine schwarze bleibende Karte ins Spiel bringt, opfert er einen Sumpf oder eine schwarze bleibende Karte. Immer wenn ein Spieler eine Insel oder eine blaue bleibende Karte ins Spiel bringt, opfert er eine Insel oder eine blaue bleibende Karte. Gar keine schlechte Verzauberung. Allerdings sehr stark auf einen spezifischen Farbgegner eingestellt. Dann haben wir den Splintering Wind. 4 Mana als Enchantment für 3 Mana getappt. Gibt er einen Schadenspunkt auf eine Zielkreatur. Und du kannst den Splinter-Token ins Spiel bringen. Und diese Token als 1,1er grüne Kreatur mit Flugfähigkeit und kumulativer Versorgung verwenden. Taste of Paradise. Zwei verschiedene Artworks. Für 4 Mana. Du kriegst 3 Lebenspunkte. Und du kriegst 3 Lebenspunkte darüber hinaus, wenn du zusätzlich 2 Mana zahlst. Und zwar jedes Mal, wenn du diese 2 Mana zusätzlich zahlst. Der Tornado. Für 5 Mana. Eine Verzauberung mit kumulativer Versorgung. Tabst du 3 Mana. Und zahlst 3 Lebenspunkte für jeden Velocity-Counter auf dem Tornado. Und du kannst ein Ziel permanent zerstören und ein Velocity-Counter auf den Tornado legen. Und du kannst es nur einmal im Zug machen. Dann haben wir hier unten Unterholz. Undergrowth. Vorhanden in 2 Artworks. Für jeweils 1 Mana. Spontanzauber. Keine Kreatur. Teilt mir des Angriffs in diesem Zug Schaden aus. Wenn du zusätzlich 2 farblose und rotes Mana zu den Spruchkosten bezahltst, sind rote Kreaturen vom Unterholz nicht betroffen. Das deutet wieder darauf hin, dass man hier Farbkombos eingehen soll. Diesmal rot und grün. Die Kletterranken gibt es auch in zwei verschiedenen Optiken. 1,4er Mauern, die Flieger blocken können für 3 Mana. Und die Kreaturen, die man damit blockt, die enttappen nicht. Beziehungsweise du kannst damit Kreaturen tappen. Fein. Und schließlich haben wir hier die Javi Maya Ancients. 2,7 für 5 Mana. Die kriegen zusätzlich plus 1, minus 2 bis zum Ende des Zuges, wenn du grünes Mana rein tappst. Und das kannst du relativ frei skalieren. Und die letzte Karte, auch wieder eine der selteneren Karten, sind die Javi Maya Ameisen für 4 Mana. 5,1 im Trampelschaden. Allerdings kumulativer Versorgung von 2 grünen Mana. Die können in dem Zug angreifen, in dem sie auf deiner Seite ins Spiel kommen. Also haben die Eile. Das waren die grünen Karten. Jo. Und dann kommen jetzt meine persönlichen Favorites, nämlich die blauen Karten. Die sind optisch die schönsten, mit den schwarzen. Und sie haben darüber hinaus noch ganz, ganz tolle Karten in ihren Reihen. Und das geht schon los mit einer wunderschönen Karte hier oben. Arcane Denial. 2 Mana. Gibt es auch wieder in zwei Varianten. Beide wunderschön. Von Richard Cain Ferguson. Der hat auch in früheren Serien eine ganze Menge toller Karten gemacht. Einfach eine superschöne Fantasy-Optik. Du kannst einen Spell-Countern damit. Aber der Gegner darf zwei Karten ziehen. Und du darfst beim nächsten Zug auch eine Karte ziehen. Das ist also ein bisschen eingeschränkt. Aber von der Optik her eine wunderschöne Karte. Dann haben wir die furchterregende Aura. Die gibt es auch zweimal. Einmal hier unten. Hier seht ihr sie. Verzauberte Kreatur kann nicht geblockt werden. Wenn er verteidigt, spielt er nicht zusätzlich drei Mana für jede und so weiter bezahlt. Die gibt es hier auch nochmal. Für jede Kreatur bezahlt, die zum Blocken der verzauberten Kreatur deklariert wird. Ein Mana Kreaturenverzauberung. Dann haben wir hier ein superklassisches Bild, nämlich den Meeresforscher. Benthic Explorers. Die gibt es auch in zwei Varianten. Und die linke Variante war auf den Boostern von Allianzen drauf. Wunderschön. Wunderwunderschön. Greg Simonson. Ich mache es mal so, dass man es besser sieht. Sau schöne Zeichnung. Für vier Mana, zwei, vier. Und du kannst ein getapptes Land enttappen. Und dein Mana-Vorrat erhöhen. Und dann haben wir hier unten Browse. Durchstöbern, glaube ich. Zwei blaue Mana, zwei farblose Mana, eine Verzauberung. Schau dir die obersten fünf Karten in der Bibliothek an. Und eine davon auf die Hand. Der Rest wird ins Exil geschickt. Allerdings muss dafür vier Mana ausgeben. Und dann haben wir Diminishing Returns. Die Karte habe ich schon mal gezeigt. Die habe ich gerne in einem alten Deck gespielt. Vier Mana Hexerei. Jeder Spieler mischt seine oder ihre Hand und den Friedhof in die Bibliothek. Entfernt die obersten zehn Karten aus der Bibliothek und zieht bis zu sieben neue Karten. Supergeile Karte. Dann haben wir Falls Demise. Die gibt es auch zweimal. Für drei Mana. Wenn die Kreatur, die man mit diesem Falls Demise verzaubert, in den Friedhof kommt, kann man sie unter der eigenen Kontrolle wieder zurückbringen, als ob sie gerade beschworen worden wäre. Da oben ist Falls Demise nochmal. Und die mit Sicherheit im Augenblick berühmteste Karte aus Alliances ist die Force of Will, die ihr hier seht. Das ist deswegen so mächtig, weil man hier schon im ersten Zug die damals weit verbreiteten Artefakte mit null Mana Casting Kosten countern kann. Was sonst schwierig geworden wäre, denn der billigste weitere Counterspell hätte zwei Mana gekostet. Und damit wäre man gleich im ersten Zug in der Regel nicht in der Lage gewesen zu countern. Das heißt, dieser Spruch ermöglichte es zum ersten Mal sehr starke Decks in ihrer Startphase zu bremsen, die auf sehr sehr frühe, sehr billige, sehr mächtige Spells setzten, wie zum Beispiel Teile der Power Nine. Damit konnte man sowas unterbinden und die ist heute noch sehr wertvoll. Diese Karte ist ein Uncoming. Damit sind auch, sind auch Alliances Booster und Booster Displays in der Regel noch relativ teuer, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man solche Ankammels zieht, ja doch gar nicht so schlecht ist. Und ich selber habe auch auf diesem Kanal schon mal eine gezogen, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und zwar genau die, die ihr hier seht. Und die Zeichnung ist von Therese Nielsen, die ich, wie ihr vielleicht wisst, über allemaßen schätze. Eine geile Karte. Ich liebe sie sehr. Die nächste Karte ist Foresight. Die ist auch von Therese Nielsen. Auch das eine super schöne Optik. Zwei Mana. Du kannst die Bibliothek nach irgendwelchen drei Karten durchsuchen und sie aus dem Spiel nehmen. Die Bibliothek danach mischen und am Beginn der nächsten Versorgungsphase eine Karte ziehen. Die gibt es auch zweimal. Hier unten haben wir sie nochmal von Therese Nielsen als Vorsehung in der deutschen Version. Dann haben wir Ladnam's Legacy. Seht ihr hier zweimal nebeneinander. Auch das sind zwei verschiedene Varianten. Eine derselben Karte für zwei Mana. Du kannst eine Karte aus der Hand nehmen und sie in die Bibliothek mischen und dann zwei Karten der nächsten Versorgungsphase ziehen. Dann haben wir hier unten die Library of Ladnam. Das ist schon eine seltenere Karte für fünf Mana, eine Hexerei. Der Zielgegner sucht sich was aus. Du darfst entweder drei Karten beim Beginn der nächsten Versorgungsphase ziehen oder du darfst die Bibliothek nach einer Karte durchsuchen, sie in die Hand nehmen und danach die Bibliothek durchmischen. Super Karte. Kann man gut gebrauchen. Phantasmals 4 ist auch, glaube ich, eine Rare für zwei Mana 0,1 fliegend. Am Beginn deiner Versorgungsphase machst du einen 1,1-Counter auf die Phantasmals 4 und während deiner Versorgungsphase zahlst du ein farblose Mana für jede dieser plus 1, plus 1-Counter auf der Phantasmals 4 oder begräbst sie, beziehungsweise irgendein Mana. Und wenn sie aus dem Spiel rauskommt, machst du ein Orb-Token ins Spiel unter der Kontrolle deines Gegners. Es wird als Sternchen-Sternchen-Blaue-Kreatur mit Flugfähigkeit verwendet, wobei Sternchen der Anzahl von diesen 1,1-Counter auf Phantasmals 4 entspricht. Dann haben wir zweimal den Soldewischen Ketzer. 2,2, weißes Mana und Teppen kannst du zwei Schadenspunkte bei einer Kreatur verhindern und der Gegner darf eine Karte ziehen und diesen Soldewischen Ketzer gibt es hier oben nochmal. Soldewi Heretic in einer anderen Optik. Dann haben wir Soldewi Sage, auch in zweimaliger Ausführung, auch eine sehr schöne Optik, wenn ihr mich fragt. 1,1-Kreatur für zwei Mana. Du kannst zwei Länder opfern, um drei Karten zu ziehen und dann musst du eine dieser Karten wieder abwerfen. Dann haben wir hier unten damals viel gespielt, den stacheligen Seestern. Ist er scharf? Jawohl. Für drei Mana. 0,1 mit Regeneration. Am Ende eines Zuges, in dem ein stacheliger Seestern regeneriert wurde, kannst du einen Seestern-Spielstein pro Erfolg der Regeneration ins Spiel bringen, der 0,1-Kreatur ist. Also das ist schon eine witzige Karte gewesen. Die haben wir oft gespielt. Die Sturmkree ist leider gar keine sinnvolle Karte, weil sie im Grunde Stärke und Widerstand falschrum hat. Zwei Mana für 1,2 fliegend. Da kann man nicht viel mit anfangen. Interessanter wäre es gewesen. 2,1 fliegend. Aber was soll's. Muss man ja nicht mitspielen. Dann haben wir noch das Storm Elemental. Sechs Mana, drei, vier fliegend. Und du kannst mit einem blauen Mana jeweils Effekte auslösen. Entweder die oberste Karte aus der Bibliothek entfernen, um eine Kreatur mit Flugfähigkeit zu tappen oder die oberste Karte von deiner Bibliothek aus dem Spiel entfernen. Und wenn das ein Snow-Covered Land war, dem Storm Elemental plus 1,1 bis zum Ende des Zuges zu geben, ist jetzt keine so mega starke Karte. Suffocation ist nur dagegen eine ganz witzige Karte. Zwei Mana, ein Instant. Und immer nur, wenn eine rote Hexerei oder ein Instant mir Schaden zugefügt hat, dann kriegt der Caster dieses Spruchs vier Schadenspunkte von mir im Gegenzug. Und ich darf eine Karte ziehen in der nächsten Versorgungsphase. Das ist schon eine ganz geile Karte. Und ziemlich bekannt, auch gerade wegen der Optik, die wunderschön ist, von Mark Theden, auch ein ganz bekannter Künstler von Magic, ist der Thoughtlash für vier Mana. Eine Rare als Enchantment mit kumulativer Versorgung. Du musst die Top-Karte deiner Bibliothek aus dem Spiel entfernen. Das werden natürlich dann über die Züge hinweg eine ganze Menge von Karten, die du so entfernen musst. Das ist natürlich ein Problem. Wenn du das nicht machst, musst du die Bibliothek aus dem Spiel entfernen und Thoughtlash begraben. Aber wenn du Null Mana einsetzt, kannst du die oberste Karte der Bibliothek entfernen, um einen Schadenspunkt zu verhindern. Ich kann mich nicht erinnern, dass die viel Spielzeit hatte. Jedenfalls nicht bei uns. Aber die Optik war geil. Wunderschöne Karte. Und die letzten Karten aus dem blauen Bereich sind hier oben Tidal Control. Ein Enchantment für drei Mana kumulativer Versorgung. Jeder Spieler kann zwei Mana zahlen oder zwei Lebenspunkte, um einen roten oder grünen Spruch zu countern. Und dann haben wir diese beiden hier, den Whiskeriden-Panzer in zwei verschiedenen Optiken, womit du eine verzauberte Kreatur plus eins plus eins geben und diesen Panzer kannst du auf die Hand zurücknehmen. Und zum Schluss haben wir die Whiskeriden-Drohne für zwei Mana eins, zwei Kreatur. Du kannst eine Kreatur und einen Sumpf opfern, um eine Nicht-Artefakt-Kreatur deiner Wahl zu begraben. Oder eine Kreatur und einen verschneiten Sumpf opfern, um eine Kreatur deiner Wahl zu begraben. Das ist eine Anspielung an Fallen Empires, wo es ja sehr viele dieser Whiskeriden gab, mit denen man damals ja Decks bauen konnte. Ob da viele Leute mitgespielt haben, kann ich mich nicht erinnern. Damit wären wir bei Rot und beginnen mit dem Agent der Stromgalder oder Agent of Stromgald. Ein Mana eins, eins. Du kannst rotes Mana zu deinem Mana-Pool hinzufügen. Gar nicht so schlecht, die Karte. Dann haben wir hier die Balduvian Horde. Die war sehr beliebt, sehr mächtig. Vier Mana, fünf, fünf. Wenn sie ins Spiel kommt, wirfst du eine Karte Adrenalin von deiner Hand ab oder du musst sie begraben. Aber für die damaligen Verhältnisse war ein Fünf-Fünfer für vier Mana ein super Preis. Die Balduvian Warmakers, drei, drei mit Raserei eins für fünf Mana, haben Eile. Dann haben wir den Kampfinstinkt und zwar zweimal. Bestial Fury, ich nehme jetzt mal den unteren. Du kannst eine Karte am Beginn deiner Versorgungsphase ziehen. Nach dem Zug in den Bestial Fury als Kreaturverzauberung ins Spiel gekommen. Und wenn die verzauberte Kreatur angreift und er blockt, bekommt sie Trampelschaden. Bekommt plus vier, plus null bis zum Ende. So, nicht so doof. Dann haben wir Ausbrennen. Zwei Mana, Unterbrechungszauber. Neutralisiere einen Unterbrechungszauber deiner Wahl, wenn er blau ist. Zieh eine Karte zu Beginn der nächsten Versorgungsphase. Das ist ganz geil, wenn man sowas als roter haben kann. Das ist so ein bisschen wie die beiden Zaubersprüche aus den älteren Sets. Hydro Blast ist, glaube ich, der eine. Anderen Namen habe ich vergessen, mit dem du ganz spezifisch als blauer Spieler auf rot antworten kannst. Und als roter Spieler auf blau antworten kannst. Dann haben wir den Chaos Harlequin. Vier Mana, zwei, vier. Und du kannst eine rotes Mana-Tab, wo du den obersten Karten aus deiner Bibliothek ins Exil schicken. Wenn das ein Land war, bekommt der Chaos Harlequin minus vier, minus null bis zum Ende des Zuges. Und sonst plus zwei, plus null bis zum Ende des Zuges. Das ist ja nicht so die Super-Karte, die man unbedingt spielen muss. Death Spark. Ein Mana, wunderschöne Darstellung. Auch hier wieder von Mark Tiden, den ich auch für einen super Künstler halte. Ein Mana, Instant. Er wirkt einen Schadenspunkt auf einen Gegner oder eine Zielkreatur. Und am Ende der Versorgungsphase, wenn Death Spark im Friedhof ist, mit einer Kreaturenkarte direkt oben drüber kannst du ein Mana zahlen, um den Death Spark direkt in deine Hand zu nehmen. Der unterworfene Speer ist ein Goblin. Ist zweimal drin, in verschiedenen Optiken, von Rebecca Gay. Das Ganze für drei Mana, zwei, zwei. Dem kann man Gebirgstarnung bis zum Ende des Zuges geben. Dann haben wir hier unten den Gorilla-Schamane, genannt auch Mox Monkey. Ziemlich geile Karte, weil es dir ermöglicht, auch schon in sehr frühen Zügen, Artefakte ohne Castingkosten oder mit sehr geringen Castingkosten zu zerstören. Vor allem die Moxes kann man damit zerstören. Also Artefakte, die null Mana kosten, kannst du natürlich, weil du hier null Mana einsetzen musst, mit einem einzigen Mana getappt zerstören. Das ist natürlich eine Mordshilfe gleich am Anfang, vor allem wenn diese Kreatur auch nur ein Mana kostet. Und deswegen hat man ihn halt auch Mox Monkey genannt, weil er so effektiv gegen frühgesprochene Artefakte wirkte. Witzige Karte, optisch auch sehr schön. Dann haben wir den Schlachtruf der Gorillas. Zwei Mana, spontan Zauber, angreifende Kreaturen können diesen Zug nicht nur von einer Kreatur geblockt werden. Dann haben wir hier unten den ganzen noch mal eine andere Optik. Da seht ihr wieder das Ganze in zweifacher Ausfertigung und Guerillataktik oder Guerillataktik. Spontanzauber für zwei Mana, zwei Schadenspunkte auf Zielkreatur des Spielers. Wenn ein Spruch oder Effekt durch den Gegner dich dazu zwingt, die Guerillataktik abzuwerfen, gibt es doppelt so viel Schaden. Das ist doch ganz geil. Dann haben wir hier oben das Folge-Omen für fünf Mana. Spontanzauber, bringe alle Insel auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Jeder Spieler opfert eine Ebene. Oder eine weiße bleibende Karte für jede weiße bleibende Karte, die ihr kontrolliert. Und natürlich eine ganz bekannte Karte, Pellage. Die war richtig geil. Drei Mana ist heute noch nützlich. Buried, Target, Artefact, Allland. Immer gut, wenn man zwei Sachen mit einer Sache kaputt machen kann. Hat Richard Cale Ferguson schön gemacht. Primitive, Justice, zwei Mana, Hexerei, Zerstörer, Target, Artefakt. Und du kannst weitere Artefakte zerstören. Zusätzliches Mana ausgibst und sogar Lebenspunkte bekommen, wenn du grünes Mana hinzufügst. Pyrokinese, sechs Mana instant. Du kannst eine rote Karte aus dem Spiel entfernen, anstatt die Castingkosten zu bezahlen und damit vier Schadenspunkte in einer Art und Weise aufteilen, die du aussuchst. Und das wiederum ist eine dieser Pitchkarten, die es dir ermöglicht, auch ohne Mana Einsatz Schaden zu verteilen. Das ist gar nicht so doof. Kann man ganz gut einsetzen. Dann haben wir den Rogue Sky Captain für drei Mana, drei, vier fliegend. Am Beginn deiner Versorgungsphase machst du einen Wage Counter auf den Sky Captain und während deiner Versorgungsphase zahlst du zwei Mana für jeden Wage Counter auf dem Sky Captain oder du musst alle aus dem Spiel entfernen. Und der Gegner übernimmt die Kontrolle über den Rogue Sky Captain. Das ist jetzt nicht so die Karte, die man unbedingt heute noch spielen würde. Der Soldier of Fortune, ein Mana 1,1, du tappst ein rotes Mana und der Zielspieler muss seine Bibliothek mischen, wenn du ihn auch tappst. Dann haben wir hier unten noch den Sturmschamanen. 0,4 für drei Mana, den du vorne aufblasen kannst in zwei verschiedenen Optiken. Das ist hier sehr 90s da mit diesem Porno-Balken und dieser super heißen Welle, die er da auf dem Kopf hat. Und dann haben wir hier noch den Varchiles Crusader. 3,2 für vier Mana, null Mana tappen und er kann nicht geblockt werden außer durch Mauern, aber du musst ihn am Ende des Zuges begraben. Die letzten roten Karten, bevor wir in die Schlussphase unserer kleinen Präsentation gehen, sind wieder der Varchiles Crusader oder hier Kreuzritter, hier in der anderen Optik von Mark Poole. Dann Varchiles Cavalry oder Cavalry, zwei Mana, drei, vier, Trampelschadenraserei, eins, kumulative Sorgenbringer, einen überlebenden Spielstein unter der Kontrolle. Und das Gegner ist ins Spiel, behandelt diesen Spielstein wie eine 1,1 rote Kreatur. Ist natürlich ein 3,4er für zwei Mana schon eine ganz geile Karte, auch wenn sie diesen negativen Effekt hat. Und die letzte Karte ist die Stimme des Veteranen, eine Mana Kreaturverzauberung. Du kannst die verzauberte Kreatur tappen, mal eine andere Kreatur, plus 2, plus 1 zu geben. Und das Ganze gibt es nochmal in einer anderen Optik. Jo, das waren jetzt die roten Karten. Und damit kommen wir gleich zu den schwarzen. Wir fangen an mit den Baldubian Dead. Vier Mana, zwei, drei. Du kannst zwei Farblose, ein rotes Mana tappen und eine Summon-Karte aus deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um ein Graveborn-Token ins Spiel zu bringen, das als 3,1-Token, Zombie-Token, mit Eile ins Spiel kommt und am Ende des Zuges dann begraben wird. Finde ich gar nicht so doof. Dann haben wir das Knochen-Orakel, Casting of Bones, in zwei verschiedenen Optiken. Drei Mana, wenn die verzauberte Kreatur im Friedhof kommt, das ist eine Kreaturenverzauberung, kannst du drei Karten ziehen und musst eine davon abwerfen. Dann haben wir Infektion, Contagion. Fünf Mana, Spontanzauber. Du kannst eine schwarze Karte aus dem Spiel entfernen und in einen Lebenspunkt bezahlen, statt die Bruchkosten zu bezahlen. Das ist klassischerweise wieder eine Pitch-Card. Und dann kannst du 2,2-1-Mark, weil auf beliebige Kreaturen deiner Wahl verlegen, gar nicht so schlecht. Dann haben wir Diseased Vermin, Summon Rats. Drei Mana. During your upkeep, Diseased Vermin deals one damage to a single target opponent. It has previously damaged for each infection counter on diseased vermin. If diseased vermin damage the player in combat, put an infection counter on it. Okay, dann haben wir Dystopia oder Hoffnungslosigkeit. Das ist ein Rare. Für drei Mana eine Verzauberung. Kumulativ Versorgung, ein Lebenspunkt. Wenn während der Versorgungsphase eines Spielers dieser grüne oder weiße bleibende Karten beherrscht, opfert er eine grüne oder weiße bleibende Karte. Das ist doch eine geile, geile Verzauberung. Super. Dann haben wir hier unten tödliches Wissen. Vier Mana. Ich glaube, das ist auch nur Rare. Hexerei. Ein Gegner deiner Wahl kann entscheiden. Du ziehst drei Karten oder wählst zwei Kreaturen, die dieser Gegner kontrolliert, die begraben werden. Und dieser Gegner darf bis zu drei Karten ziehen. Geil. Wenn es keine Rare sind ankommen, auf jeden Fall eine coole. Eine Karte, die ich früher oft in meinen Zombie-Decks hatte, weil sie so nützlich war, Feast of Heaven. Superkarte. Vier Mana Instant. Du kannst entweder eine nicht-schwarze, nicht-Allefakt-Kreatur begraben oder ein Zombie-Token ins Spiel bringen. Als zwei zweier schwarze Kreatur. Das gibt dir doch eine Menge Optionen. Das ist entweder ein Removal oder ein Token-Generator. Ist allerdings, finde ich, für vier Mana heutzutage wahrscheinlich ein bisschen teuer. Für drei Mana wäre es immer noch eine Top-Karte. Fieberstärke, Fieber-Strength. Auch in zwei Artworks. Drei Mana, die Kreatur bekommt plus zwei, plus null bis zum Ende des Zuges. Dann darfst du eine Karte beim nächsten Versorgungszug ziehen. Dann haben wir die Insidious Bookworms in zwei Optiken. Erstmal ein Mana 1,1. Du zwingst den Gegner, durch Mana-Tappen eine Karte abzuwerfen. Hier unten ist er in der anderen Optik. Und dann haben wir den Hüter von Tresserhorn. Das ist eine Kreatur 6,6 für 6 Mana. Habe ich hier schon mal vorgestellt. In einem der Flohmarkt-Videos. Wenn er angreift und nicht geblockt wird, fügt er dem verteidigten Spieler in diesem Zug keinen Schaden zu dieser Spieler für die zwei Lebenspunkte. Der Krowikian Horror. Das ist auf jeden Fall eine Rare. Vier Mana, zwei, zwei. Am Ende des Zuges, wenn er im Friedhof mit einer Summon-Karte direkt oben drüber ist, kann ich ihn direkt wieder in die Hand zurücknehmen. Und wenn ich einen Farblose oder irgendeinen Mana tappe, kann ich eine Kreatur opfern, im Gegner oder im gegnerischen Kreatur, einer gegnerischen Kreatur, einen Schadenspunkt zuzuteilen. Dann haben wir noch die Krowikianische Plage. Das ist eine Kreaturenverzauberung für drei Mana. Play on a non-wall creature you control. Draw a card at the beginning of the upkeep of the turn after comes into play. 0 tap enchanted creature to have Krowikian plague deal 1 damage target creature of player. Und noch obendrauf 0-1 Counter auf die verzauberte Kreatur. Dann haben wir Lim-Duals Ehrengarde in zwei Artworks. Zwei Einser-Skelette für drei Mana mit Erstschlag und Regeneration. Dann haben wir hier oben ein sehr schönes Bild von Richard Cain Ferguson. Misinformation. Da sieht man nämlich, wie dieser Eisriese hier dem anscheinend die falsche Richtung zeigt. Ein Mana Instant. Put up three target creatures from an opponent graveyard on top of his or her library in any order. Phantasmal Fiend gibt es in zwei Varianten. Vier Mana 1-5. Ein Mana tappen. Plus 1, minus 1 bis zum Ende des Zuges. Oder du tappst ein farbloses oder irgendein Mana ein blaues Mana. Du kannst die Stärke und die Widerstandskraft des Phantasmal Fiends tauschen. Dann haben wir Phyrexian Boon oder Phyrexianische Segen in zwei Artworks. Für drei Mana Kreaturenverzauberung, wenn sie schwarz ist, plus 2, plus 1, wenn sie nicht schwarz ist, minus 1, minus 2. Das ist wiederum gar nicht so doof, weil das gleichzeitig ein Booster-Effekt und ein Removal ist. Ritual of the Machine. Das ist eine Rare. Vier Mana Opfer einer Kreatur, um Kontrolle über nicht schwarze, nicht adfakt Kreatur zu übernehmen. Das wiederum ist gar nicht so doof. Und dann haben wir hier unten Soldevi Adnet, zwei Mana, 1, 2 in zwei Artworks. Tappen, eine schwarze oder eine Fakt-Kreatur opfern, um die Menge schwarzes Mana zu der Mana-Pole hinzuzufügen, die die Castingkosten ausgemacht haben, dieser geopferten Kreatur. Und dann haben wir hier noch Stench of Decay. Ein Instant 3 Mana, alle nicht adfakt Kreaturen bekommen, minus 1, minus 1 bis zum Ende des Zuges. Gibt es hier oben nochmal Stench of Decay. Alle nicht adfakt Kreaturen bekommen, minus 1, minus 1 bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir den Stromgild Spy. Vier Mana, zwei, vier. If it attacks and is not blocked, you may choose to have it. Deal no damage to the defending player this turn. If you do so, the defending player must play his or her hand face up on the table, bis er das Spiel verlässt. Das heißt, du kannst sehen, was er auf der Hand hat. Und am Schluss haben wir noch die Sumpfmoskitos in zwei verschiedenen Varianten. Zwo Mana, 0,1 fliegend. Dann kannst du Poison-Counters mit verteilen. Die gibt es in diesen beiden Optiken. Die Poison-Counter habe ich auch schon ein paar Mal. Sie gibt es ja heute in der Form nicht mehr oder wird nicht mehr so systematisch genutzt wie damals. Womit wir bei den goldenen Karten wären und anfangen bei Energy Arc. Weiß und Blau, Instant. Wunderschön. Jetzt kommen wirklich traumhaft schöne Karten. Und auch hier die Zeichnung ist wirklich toll von, na wem schon, Therese Nielsen. Untap any number of target creatures. Those creatures neither deal nor receive damage in combat this turn. Dann haben wir Lim Dool's Paladin. Schwarz-Rot plus zwei. 0,3 Beschwörung eines Paladins. Das ist mir jetzt zu lange, um es vorzulesen. Er versucht Trampelschaden. Und du kannst ihn vorne und hinten aufblasen. Könnt ihr kurz Pause machen, dann seht ihr, was er kann. Den kann man durchaus schon noch mit einem oder anderen Commander Deck einbauen. Aber insgesamt fand ich den nie so besonders. Lim Dool's Vault. Blaues und schwarzes Mana, Instant. Look at the top five cards of your library. As many times as you choose one, you may pay one life to put those cards on the bottom of your library. And look at the top cards of your library. Das heißt, damit kannst du deine Bibliothek durchsuchen. Und musst dafür Lebenspunkte bezahlen. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir den Lord von Tressa Horne. Ein rotes, ein schwarzes, ein blaues Mana und ein farbloses oder irgendeins. 10-4 Beschwörung einer Legende. Wenn der Lord von Tressa Horne ins Spiel kommt, zahle zwei Lebenspunkte, opfere zwei Kreaturen. Und ein Gegner deiner Wahl zieht zwei Karten. Das ist schon eine Mords-Einschränkung, um die Kreatur aufs Feld zu kriegen. Aber er hat auch Regeneration. 10-4 mit Regeneration für vier Mana ist schon gar nicht so schlecht. Unglück. Schwarz, Rot, Grün und irgendwas. Hexerei. Ein Gegner deiner Wahl kann entscheiden. Das ist auch immer ganz gut. Du legst eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke auf alle deine Kreaturen und hältst vier Lebenspunkte dazu. Und du legst eine Minus-Eins-Minus-Marke auf jede Kreatur, die dieser Gegner kontrolliert. Und das Unglück fügt ihm vier Schadenspunkte zu. Finde ich stark. Gefällt mir gut. Natürlicher Segen. Eine grün-weiße Kombo. Zwei Mana dazu. Wähle eine Karte aus deiner Hand und wirf sie ab, um eine Kreatur deiner Wahl. Plus-Eins-Plus-Eins-Marke. Bündnisfähigkeit, Erstschlag und Trampel zu geben. Allerdings als dauerhafte Verzauberung gar nicht so übel. Und dann haben wir hier eine sehr witzige Karte, den Feldergriff. Der ist auch heute noch in manchem Commander-Deck, im mehrfarbigen Commander-Deck zu finden. Allein aus Spaß, weil das so eine witzige Karte ist. Weiß, blau, grün für vier Mana, vier, vier. Du kannst weiß tappen, dann wird er fliegend. Du kannst blau tappen, dann kannst du auf die Hand zurücknehmen. Und du kannst grün tappen und dann versuchst er Trampelschaden. Dann haben wir den Adrenalinstoß. Rot und grün. Spontanzauber. Wähle eine grüne oder rote Karte aus deiner Hand, wirf sie ab. Und dann kreatur deiner Wahl. Plus-X-Plus-Null bis zum Endeszug zu geben. Und es gibt noch Trampelschaden obendrauf. Der Wandering-Mation habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. In Flohmarkt-Videos, glaube ich. Weiß, blau, schwarz, 0, 3. Und je nachdem, welche Mana-Farbe du reintappst, kannst du Schadenspunkte verhindern. Also, habe ich jetzt nicht ausführlichst erklärt. Finde ich auch nicht so die monstergute Karte. Und dann wären wir hier oben. Letzte goldene bei der Winternacht. Bevor wir zu den Artefakten gehen. Weiß, rot, grün. Weltenverzauberung. Auch das finde ich wunderschön. Auch die habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Eine superschöne Zeichnung von Rob Alexander. Und als Weltenverzauberung auch begrifflich total schön. Immer wenn ein verschneites Land für Mana getappt wird, produziert ist ein zusätzliches Mal derselben Typ. Sie enttappt nicht wie in der nächsten Etappe, falls es das Beherrscher ist. So, die Artefakte. Da sind schon ein paar coole dabei. Fangen wir mal mit denen. Nicht so ganz super coolen an. Das ist einfach hier mal so typische Artefaktflieger. Die sind immer relativ teuer. Drei Mana, zwei, eins fliegend. Kann nicht blocken. Dann haben wir hier unten Arschnurz, Kelch. Zwei Mana, drei Mana, Teppen. Arschnurz, Kelch, Teppen. Spiel deiner Wahl. Schaut sich die obersten drei Karten seiner Bibliothek an. Und legt davon eine zurück. Und die anderen beiden kommen ins Exil. Astrolabium in zwei verschiedenen Varianten von Amy Weber. Ein Mana plus Teppen. Das Ganze opfern, um Mana vor Ort, um zwei Mana in der beliebigen Farbe zu erhöhen. Und kannst eine Karte ziehen. Flood Water Dam. Das ist eine Rare, soweit ich weiß. Drei Mana Artefakt. Und du kannst x Länder tappen. Gustavs Zepter. Null Mana, wenn du das Spiel verlässt oder die Kontrolle über den Zepter verlierst. Lege alle Karten unter Gustavs Zepter auf deinen Friedhof. Und du kannst, wenn du es tappst, Karten aus der Bibliothek verdeckt unter Gustavs Zepter legen. Und sie auf die Hand nehmen. Das ist also ein bisschen Kartenmanipulation. Du kannst mit der Hand und dem Zepter hin und her spielen. Eine der wirklich besten Artefaktkarten in diesem Set ist der Helm der Gehorsamkeit. Und das ist auch sicherlich eine der Karten, die heute noch relativ teuer ist. In Allianzen für vier Mana. Ein Artefakt. Lege die oberste Karte der Bibliothek eines Gegners deiner Wahl auf seinen Friedhof. Mache dies so lange, bis du x Karten oder eine Kreaturenkarte auf diesen Friedhof gelegt hast. Das siehst du hier oben. Kannst du also x ausgeben und tappen. Wenn die letzte Karte, die auf den Friedhof gelegt wurde, eine Kreaturenkarte war, begrabe den Helm der Gehorsamkeit und bringe diese Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel, als ob sie gerade beschworen worden wäre. X kann nicht Null sein. Schöne Karte. Der Richtungsweiser. Null Mana. Ein Mana tappen. Richtungsweiser tappen und opfern. Um bis zu vier Standardländer deiner Wahl aus dem Friedhof eines beliebigen Spielers auf seine Bibliothek in beliebiger Reihenfolge zu legen. Und er kann dann eine Karte ziehen. Mischras Groundbreaker. Vier Mana. Der wird getappt und geopfert. Und Deziland wird eine 3-3-Artefakt-Kreatur, die immer noch als Land zählt. Welche geile Zeichnung hier. Wie aus dem Land da die Kreaturen kommen. Mystic Compass. Zwei Mana-Artefakt. Eins tappen und den tappen. Und ein Ziel-Mana-Land. Ein Mana-produzierendes Land wird zu einem Basic-Land-Type. Meiner Wahl bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir den Phyrexian Devourer. Sechs Mana-Artefakt-Kreatur. Eins, eins. Wenn seine Power größer als sieben ist, kommt er auf den Friedhof. Ich kann null Mana tappen. Remove the top card of your library from the game. To put a plus x plus x count of Phyrexian Devourer. Wobei x gleich der Mana-Kosten dieser Karte ist, die ich auf diese Art und Weise von der Bibliothek entfernt habe. Dann haben wir das Phyrexian Portal. Das ist auf jeden Fall auch wieder eine Rare. Das ist auch eine super schöne Zeichnung von Pete Venters. Drei Mana-Artefakt. Du zahlst drei Mana und der Zielgegner schaut die obersten zehn Karten meiner Bibliothek und teilt sie in zwei Stapel ein. Und dann darf man sich auswählen, welchen dieser Stapel man in die Hand nimmt und welcher ins Exil kommt. Das ist immer ganz cool. So Sachen liebe ich. Die sind jetzt, sagen wir mal, ich glaube nicht im aktuellen Spielbetrieb immer so wichtig. Aber wenn man jetzt so eine Casual-Runde hat oder Commander oder irgendwas in der Art hat, das macht unglaublich viel Spaß. Da gibt es viel zu lachen immer. Sehr unterhaltsam. Und es ist immer so ein bisschen Glücksspiel dabei. Das mag ich gerne. Phyrexianische Kriegsbestie. Drei Mana-Opfer ein Land. Wenn die Kriegsbestie das Spiel verlässt und die Phyrexianische Kriegsbestie fügt dir einen Schadenspunkt zu. Und das Ganze noch drei, vier. Das ist auch keine so besonders gute Karte. Hat er noch eine zweite optische Ausprägung, nämlich hier. Und dann gibt es den Skarabäus, der Unsichtbaren. Der kostet zwei Mana. Den opferst du, um alle Verzauberungen auf einer bleibenden Karte deiner Wahl, die du besitzt, auf die Hand ihrer Besitzer zurückzubringen. Und darfst wieder mal eine Karte ziehen. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, dass man in ganz vielen dieser Karten zusätzlich beim nächsten Zug eine Karte ziehen kann. Und dann haben wir die Shieldsfair. Null Mana, die als Mauer zählt. Und wenn sie als Blocker ausgewählt wird, kriegt sie eine Minus-9, Minus-1-Counter drauf und hat 0,6. Und wir sind kurz vor Schluss unseres Set-Reviews. Soul Grail. Wenn er ins Spiel kommt, wähle ich eine Farbe aus. Kostet drei Mana. Und wenn ich ihn tappe, kann ich eine Farbe, ein Mana der gewählten Farbe zu meinem Mana-Pool hinzufügen. Der soll David Digger. Zwei Mana. Du tappst zwei und tust die oberste Karte deines Friedhofs auf den Boden deiner Bibliothek. Der Sol Davies Sentry. Ein Mana, 1,1 mit Regeneration. Allerdings darf der Gegner eine Karte ziehen. Das ist schon ein relativer Mist. Und da ist die zweite Karte in dieser Qualität. Andere Optik. Dann haben wir Sol Davies Deambeast. Fünf Mana, vier, zwei. Wenn sie getappt wird, kriegt der Gegner zwei Lebenspunkte und du kannst sie regenerieren. Dann, das Ganze noch mal in einer anderen Optik. Alle nicht so besonders, die Dinger. Der Sturmkessel ist schon dagegen relativ bekannt und auch eine ganz gute Karte. Fünf Mana-Artefakt. Während jedes Zuges, jedes Players kann er ein zusätzliches Land ins Spiel bringen. Und immer wenn ein Land für Mana getappt wird, kommt das Land auf die Hand zurück. Dann haben wir Ursas Engine. Fünf Mana, Trampelschaden, 1,5. Du tappst drei, es kriegt Banding. Du tappst drei, alle Kreaturen, die mit Ursas Engine verbunden sind, über Banding bekommen. Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Und der Kreiselkatapult. Vier Mana-Artefakt, zwei Mana-Tappen. Entfallen die obersten beiden Karten in der Bibliothek aus dem Spiel, um mit dem Kreiselkatapult jedem Spieler und jeder Fliegenkreatur einen Schadenspunkt zuzufügen. Der Länderzyklus in Allianz war insgesamt sehr schön. Fangen wir an mit dem Balduvian Trading Post. Wenn der Balduvian Trading Post ins Spiel kommt, opferst du einen ungetappten Mountain oder du begräbst ihn. Und du kannst dann zwei Mana zum Mana-Pole hinzufügen. Und wenn du ein Mana tappst und den Balduvian Trading Post tappst, gibt es einen Schadenspunkt auf eine angreifende Kreatur. Dann haben wir Heart of Yavimaya. Das ist eine Karte, da musst du dann einen Wald für opfern. Sonst kannst du die nicht rausbringen. Du kannst damit einen Grün-Mana zu deinem Mana-Pole hinzufügen. Und wenn du das Land tappst, zusätzlich eine Zielkreatur plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges geben. Dann haben wir den Keel-Loreanischen Außenpost. Wenn der ins Spiel kommt, musst du eine Ebene opfern. Du kriegst weißes Mana dazu. Und wenn du Mana rein tappst und ihn tappst, kannst du einen Soldier-Token ins Spiel bringen als 1-1er weiße Kreatur. Das ist keine so schlechte Karte. Die beste Karte hier im Länderzyklus ist dagegen der Lake of the Dead. Der ist immer noch relativ teuer. Den habe ich auch gezogen in einem der anderen Videos hier. Da habe ich mich brutal drüber gefreut. Das war sowieso eines der allerbesten Booster-Opening-Events, die ich je gemacht habe. Und wenn der ins Spiel kommt, musst du einen Sumpf opfern. Du kannst ein schwarzes Mana zum Pool hinzufügen. Wenn du einen Sumpf opferst, kannst du automatisch, wenn du diesen Lake of the Dead tappst, vier schwarze Mana zum Mana Pool hinzufügen. Das ist schon ein geiler Effekt. Dann haben wir die School of the Unseen, colorless Mana erzeugen oder zusätzlich, mit zusätzlich getappten Mana, irgendein Mana erzeugen. Das geschützte Tal, wenn es ins Spiel kommt, begrabe jedes andere geschützte Tal, das du kontrollierst. Du hast einen Lebenspunkt dazu, wenn du während deiner Versorgungsphase drei oder weniger Länder beherrschst. Kannst du farblos Mana erzeugen. Und da unten haben wir die letzten beiden Länder einmal die Soldevi-Excavations. Wenn Soldevi-Excavations comes into play, sacrifice an untapped island. Also hier wird eine Insel geopfert. Du kannst damit zwei Mana erzeugen und die oberste Karte der Bibliothek anschauen und diese Karte auf den Boden der Bibliothek legen. Geile Karte. Und noch ein super Land, das wirklich auch heute noch guten Gebrauch hat und wirklich was wert ist, ist die Karte Town the Clatcher oder Thorn Glaciers. Dir kommt getappten Spiel, du kannst ein Land tappen und ihn tappen und deine Bibliothek nach irgendeinem Standardland durchsuchen und sofort getapptes Spiel bringen. Zählt nicht als ein Land pro Runde beschränkt und danach bringst du den Town the Clatcher am Ende des Zuges auf deine Hand zurück. Aber du kannst das immer wieder und immer wieder machen und damit kannst du dir viel Mana in der Farbkombination rausholen, wie du es gerne hättest. Ja, und das war Allianzen. Und damit eins der Sets, mit denen ich sehr viele schöne Erinnerungen verbinde und das mir nach wie vor heute noch unheimlich gut gefällt. Wenn ihr wissen wollt, welche Karte ich optisch mit am ansprechendsten finde und welche Karte für mich zu den Top dieser Sammlung gehört, dann schaut noch eine Minute zu. Dann seht ihr, was ich meine. Ich finde, ganz weit vorne ist auf jeden Fall sicherlich auf Platz 1 die Force of Will. Allein weil sie so ikonisch ist, wegen ihrer Optik, wegen ihres Effekts und weil sie tatsächlich auch heute noch so einen großen Wert hat und so stark nachgefragt ist. Das ist eine wunderbare Karte, die ich sehr gern habe und die einfach für einen blauen Spieler Kultstatus hat. Dann gehört für mich auf jeden Fall zu den Top-Karten dieses Sets der Helm of Obedience oder Helm der Gehorsamkeit dazu. Auch das ist eine super Karte. Heute noch sehr gesucht, sehr gerne genutzt in Spielvarianten, die ältere Karten umschließen und selbstverständlich, auch das habe ich schon gesagt, zwei Länder aus dem Landzyklus, die zu den Top-Karten dazugehören. Das ist hier Lake of the Dead und Tauende Gletscher. Das sind für mich die Top 4, wenn ihr mich fragt und alles weitere. Jetzt ist Geschmackssache. Ich würde auf jeden Fall zu den Karten, die ich ganz besonders gut finde und die ich sehr gern mag und die ich auch sehr schön finde und weil sie ikonisch sind, das Exil zählen. Eine Karte, die wunderschön ist und die einfach auch, weil sie den Begriff Exil verwendet und damit dem vorgreift, was wir heute Exil nennen, eine gewisse Bedeutung hat. Die liebe ich sehr und die halte ich für eine der Top-Karten. Auch das Royal Decree ist meines Erachtens eine starke, klassische Karte, die zu den Bekannteren zählt und auch in die Top-Karten-Reihe gehört. Auch die habe ich euch ja eben gerade gezeigt. Zusätzlich würde ich auf jeden Fall zu den Top-Karten dieses Sets Kaisern zählen. Die ist zwar nicht ganz so teuer, aber auch sie hat einen gewissen Kultstatus. Sie kann man auch noch heute relativ gut einsetzen. Und auch sie ist, weil sie von Rebecca Guy ist, eine der Optiken, die ich besonders mag. Bei mir zählt ja auch die ästhetische Appearance dazu. Nicht einfach nur, wie stark die Karte ist, sondern wie gut die mir gefällt, wie gern ich die habe, wie schön ich die finde. Und sozusagen Honorable Mention oder Außer-Grenzlauf-Tier, der Meeresforscher, weil der nicht stark ist, aber weil diese Optik hier von Greg Simon einfach wunderschön ist. Gehört für mich optisch auch zu den Top-Karten. Weiterhin würde ich zu den Top-Karten zählen. Historisch betrachtet die Badovian Horde. Wenn die ins Spiel kommt, hast du einen 5-5er für 4 Mana. Jedenfalls war sie damals sehr stark und sehr gern eingesetzt. Heute wahrscheinlich nicht mehr so der ultimative Bringer. Und sicherlich gehört Pellage dazu. Auch das ist eine klassische, sehr starke Karte, die man heute noch gebrauchen kann. Das ist auch eine der Top-Karten, die wirklich noch Spielzeit bekommen und die zu den ikonischen Karten dieses Sets gehören. Und bei Schwarz würde ich auf jeden Fall auch wegen der Optik die Dystopia nehmen als Verzauberung. Sehr schöne Karte, die allerdings wahrscheinlich nicht viel Spielzeit bekommt, aber die ästhetisch unglaublich präsent ist bei mir immer noch. Und die ich mich sehr gerne erinnere. Und bei den goldenen Karten gibt es einige Karten, die sicherlich nicht so schlecht sind. Dazu gehört bestimmt auch Lim-Duel's Vault und das Unglück hinzu. Allerdings ist es nicht so, dass die heute noch zu den absolut legendären Karten gehören. Ja, das wären meine Favoriten in diesem Set. Was ich auch noch sehr gut finde, ist hier Kjeldoran Outpost. Starke Karte, die ich immer gerne in weißen Sets gespielt habe. Jo, das war mein Set-Review Allianzen. Und ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie mir und ihr habt es genauso genossen wie ich, dieses schöne ästhetische Gesamtkunstwerk anzuschauen, das doch durch diese einheitliche Formensprache und die Schönheit der Motive unheimlich gut gefällt. Ich mag es sehr gerne. Und ja, darüber, was da nun wirklich die Top-Karten sind, kann man natürlich immer streiten. Viele Turnierspieler hätten jetzt vielleicht den Akzent auf die eine oder andere Karte gelegt. Auch sind optische Festlegungen, Geschmackssache. Nicht zuletzt ist ja auch hier zum Beispiel die Phantasmal Sphere optisch eine wunderschöne Karte. Und man sieht auch wieder, dass die klassischen Künstler dieser Zeit, Mark Tiden, Therese Nielsen, Richard Kane Ferguson und andere, einfach ihren Stempel aufgedrückt haben, wie sie es auch schon in anderen Serien gemacht haben. Und deswegen erscheint das Ganze auch so ästhetisch aus einem Guss und so schön gemacht und hat so viele ikonische, mustergültige Ästhetiken für Magic hervorgebracht, an die man sich sicherlich erinnert. Und die in dieser Form heute, in dieser künstlerischen Qualität gar nicht mehr so existieren. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ihr fandet es auch so schön wie ich. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf, wenn ich das nächste Set präsentiere. Das kann allerdings noch ein bisschen dauern, denn das hier zu machen, ist immer ziemlich viel Arbeit. Und ich muss noch lernen, wie man das Flackern der Kamera in den Griff kriegt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.